Als nächster Spieler kommt ein 6-facher Snooker-Weltmeister, aber auch 3-facher Trickshot-Weltmeister, Steve Davis. 46 Jahre jung, hat sich ja vorgenommen als erster Spieler der Welt mit 50 Jahren noch unter den Top-16 der Weltrangliste zu sein. Er war Trickshot-Champion 1994, 1995 und 1996. Also die allererste Trickshot-Weltmeisterschaft hat er nicht gewonnen, da erinnerte er sich falsch. Sein erster Titel kam 1994, da teilte er sich aber den WM-Titel, also Trickshots, mit Terry Griffiths. Im letzten Jahr, so erzählt er, in den letzten beiden Jahren war er nicht ganz so erfolgreich, 5. vor 2 Jahren, 4. im vergangenen Jahr. Aber sein Freund und Manager Barry Hearn, der sei ja schließlich der Promoter dieser Trickshot-Weltmeisterschaft und deswegen sei er nun mal dabei. Das sei kein Trickshot gewesen, er habe das nur immer schon mal machen wollen. 5 Stunden habe er gebraucht bisher. Hierher gekommen sein. Hierher gekommen sein. Colby. Colby. Er sagt, wenn ich jetzt meine 15 Minuten gemacht habe, dann muss ich wieder 5 Stunden zurückfahren. Also verzeihen Sie mir, wenn ich etwas seltsam wirke. Ich hatte ein bisschen ein Argument mit einer Frau. Ähm... Es ist immer etwas stupides. Nur weil ich nicht die Auto-Tür für sie öffnen würde. Ich habe einfach panisch und schwamm auf der Surface. Ich habe auch noch Ärger mit seiner Frau gehabt, weil er die Auto-Tür nicht weit genug geöffnet habe. Aber da habe ich doch nur Panik bekommen und bin an die Oberfläche geschwommen. Aber du wirst mehr von Bogdan später, als er die Trophäe hoch ist. Der erste Trickshot. Starting off with an easier one to work up to some harder ones. Und as you can see with this first shot, it's pretty obvious what's going to happen here. Das ist es. You guessed es. Even the man at the back clapping. Ich werde die Black in the corner pocket. Die Kombination Rot spielt er, die dann die Rot in einer Kettenreaktion wegdrückt. Am Ende wird die schwarze Kugel fallen. Also, während das passiert ist, der Kugel kommt aus der ersten Rot und kann das Rot aus dem Weg. Dazu muss aber die rote Kugel dort noch aus dem Weg gebracht werden. Die anderen Roten liegen nur da, um zu verwirren, haben mit dem Trick selber absolut nichts zu tun. Das ist ein alter Trick. Einfach mal so ein paar rote dahin legen, wild verteilt, dann sieht das alles noch viel komplizierter aus. Aber beim ersten Versuch gemacht. Applaus Love doing that. Don't you just love a game of dominoes, don't you? Shuffle them up. Where was I? Oh, yes. Right. The World Trick Shot Championship over the years was first played in 1933, I think. It was the first holding of it. And in those days, it was a pretty tight run affair between Joe Davis and Walter Lindrum at the time. And Joe Davis potted this very tricky black off the spot. Joe Davis, der von 1927 bis 1946 Unterbrochen-Weltmeister war, aber natürlich nicht Trick Shot-Weltmeister. Das gab es damals noch nicht. Der habe damals ein Duell gegen Walter Lindrum. Zwei aus der Geschichte des Luka-Sports, zwei ganz große Spieler, die sehr trickreichen schwarzen Ball gespielt. Schwarz liegt aber auf dem Spot, auf der Aufsatzmarke. Und ein Trick Shot, das ist still talked about in schools around the world today, ist dieser. Es braucht ein paar Queues auf dem Tisch. Und auch, ein Wissen von wo der pink Ball ist. Es könnte irgendwo sein. Woher did Willy not potted? Oh, da ist es. Es ist schön, dass Willy wiedersehen. Er suchte den pinkfarben Ball und sagte, den hat Willy doch gar nicht gelaufen. Noch? No, I won't say that. No, I won't get down that side. It's a bit personal. Sorry, Will. No, here we go. A Trick Shot. Jetzt deutet er es an, dass er was über Willy Clawen erzählen will. Und dann sagt er doch, ach, nee, lass ich lieber. Ist ein bisschen zu persönlich. Aber das ist natürlich alles nicht ernst gemeint, wenn die sich da gegenseitig auf den Arm nehmen. Das gehört ganz anders. Einfach dazu. Ja, Schwarz ist in der Tasche. Hat er nicht so gesagt, in welcher Tasche. Sad, but true. That was the fault is. That was, you know, they were good trick shots, but they weren't fantastic. Moving on to the day's world, there are some fantastic players that play trick shots in the world of nine ball pool. And you'll be seeing a player later on who comes from that world who plays some very sophisticated tricks. Steve Davies' hervorragende Trick Shot player aus dem Pool Billard Bereich. Da gibt's übrigens auch eigene Meisterschaften. Auch das werden wir im Laufe des Jahres noch im Programm haben. The Trick Shot world works. Here's the black over this pocket here. And we know for a fact, for years of playing, this was an early trick shot. Somebody thought, I won't just go for the shot straight away. I'll go for a couple of cushions. And if you hit the ball off two or three cushions like this, you're going to pop the black. Right. So that's not, you know, it's all right. I mean, okay. Fair enough. Hat Schwarz jetzt eben nicht direkt gelocht, sondern als Vorwander über drei Banden sagte das sei ja in Ordnung. But if I was to say, what I'm going to do is to cut that red in the middle pocket, screw and then play the same shot of three cushions, you know, it's a bit more sort of in, you know, it's a bit more complex and perhaps a little bit more difficult. Well, not for somebody like myself, obviously, but, um, so I'll pop the red in the middle pocket, screw, screw, screw red, oh, three cushions with a bit of side. Now, as you can see, a little bit more difficult, but I'm a professional, obviously. Der Stoß sei jetzt natürlich erheblich schwieriger gewesen, aber er sei ja nun ein Top-Profi. Hat also jetzt noch groß zusätzlich gelocht. Dann hat Rückläufer gespielt und mit Effet, um trotzdem noch über drei Banden zu lochen. auf den middle pocket, and not actually did this, that's nothing to do with that, but we have to do that. You may see a lot of the professionals doing this. Nobody knows why we just like to do it. Because it looks good. It's just, you know, sort of authority. Auch dieses Hemmern, sagt er, hat eigentlich keinen besonderen Sinn, aber sieht natürlich gut aus. Possibly, if you, if you put the balls like that, there would possibly be a way of potting three balls in one shot. And that sounds ridiculously complicated, but if I hit this cue ball onto that red, I'm going to send this red down, may go in there, pass it in off the green. This red will be just grazed across and may double kiss and double into this pocket, and at the same time send the white ball around off those three cushions and pot the black. Three balls in one shot. Slightly more difficult, but it's me. Just three Bälle mit einem Stoß. Das war natürlich noch komplizierter, aber schließlich eher für die Ballspiel. So three balls in one shot. Now it gets a bit more complicated now. Erste Rote weg. Ah, schwarze nicht. Zweite Rote ist aufgefallen, aber schwarz. Knack drauf geblieben. Aber er versucht noch einmal. Jetzt ist er etwas abgelenkt. Er sagt ja, das wird jetzt schwierig. Das ist eigentlich ein Ball, der aus dem Poolbillard kommt. Ich bin ja ein Stuckerspieler, obwohl, so erzählt er ja selber, auch das öfteren Pool spielt. Auch bei großen Turnieren bis hin zur Weltmeisterschaft. Da haben wir die Zuschauer auch des öfteren schon mal im Fernsehen sehen können. Somebody else had a good idea. Nothing to do with that particular shot. If you set these reds up in this position and hit this red, this red's gonna go in there, that red's gonna go down in off the green, and this red could go over into that corner pocket. So it's another part of this trick shot. Roughly. Nicht ganz. What happened there? That wasn't there. Not like that. Where did that miss two? Chas? Where did that miss two? He went that side. Chas. Okay, so that's that shot. Let's try that one more time now. Let's try that one more time now. And the Tony rauf. Okay, right, so I can settle for that. So, two parts of that shot. But what happens if you put them together? Chaos. Hat jetzt diesen Ball in einzelne Teile zerlegt. So what I'm gonna try and do is to put. We'll change that for a red. Five, six reds in one shot. Six reds in one shot. Oh, sorry. How many will you settle for? Two. I'll settle for four. Na ja, not good. Vier korrigiert er sich mal. So. That one double kisses. That one over there. This then goes on to hit this. This one also goes in off in the middle pocket. That one goes in there. That one goes down there. That one goes in there. White ball, three cushions. Pop that red. Dürfte klar sein, was passiert. Slightly delayed applause from the gentleman at the back there. Here we go. Oh. Right. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Einer gefallen. You got three minutes, Steve. So, don't forget that one, will you? Have I got a volunteer? Drei Minuten bleiben ihm noch und auch er sucht jemanden, dem helft. Oh. Cheers. Thank you. Cheers. Can I get what's your name? Allard. Come around here, mate. Allard ist der Junge. Cheers, Allard. Do us a favor, mate. Can you get us a Coke and a cup of ice cream? Und jetzt bestellt er dringend bei ihm eine Cola und eine Tüte Chips will er haben. Okay, I'll show you that. Do me a favor with this shot. Come and help me with this shot. It's a trick shot. Allard is going to play. What Allard is going to do, he's going to pop the pint glass in the middle pocket. Not a shot probably, you've seen a lot. The only player who used to do it on that circuit was Bill Werbenick. What you do is just with your finger, right? It's a pint glass. You can take your hands out of your pocket to lose shot. Right? Just want you to roll that. We're going to use a bit of judgment. Just roll that pint glass just forward. Don't push it. Just roll it. Get it rolling, okay? Okay. Nun soll er also das Glas, das Bierglas rollen. Das ist eigentlich ein Trick, wie gemacht für Bill Werbenick. Okay, right. Give it a roll. Der Mann, der dem Bier sehr gerne zugesprochen hat. Get a feel of it. Okay, fair enough. Bit nervous. Firm so it gets around here. Okay. So etwas stärker rollen, aber eben nicht drücken, sondern rollen. Okay, fair enough. You pushed it a bit there. Just get it rolling. Get it rolling forward. That's nice. Oh, a bit more than that. Give it another go. Because, honestly, we've got all the time in the world. I don't really care. Yeah, it's not bad, but we'll get there. Okay, one more time. Because they can edit it completely. You won't look a complete idiot. No! Right, do it again. Do it again. But don't push it. You've just got to roll it. Get it rolling like that, yeah? Use your more than one hand. That's it. Oh, we'll get there in the end. I'll tell you what. Honestly, this is going to be great when it happens. It might not be for you, but it will be for me. Right, go on now. Give it a roll. Roll it. No, you just pushed it a bit more. Just roll it. You pushed it. Right. It's got to be like that. You've got to roll it like that, yeah? Roll. That's nice. Oh, God, it could be an all bloody night. Right. You're right. You're useless at this. Right, one more go, because I'm running out of time. And honestly, if I don't come to Stone Foggers last after this, it'll be. That's perfect. Oh. Well, thanks very much, Alan. We've been all night long. Thanks for that. I'm going to do this. I don't care. I mean, like the three judges, they're just waiting there, just to judge me down. But I don't mind. One of the judges, Jim from the local weekly news. Jim? Jim. Sorry? Jim. Jim. Tim. Tim. Tim Shannon, nicht Jim, ist der Redakteur der lokalen Zeitung. So, in and of his holidays, he likes to Barbelius and there an area. But his boss told him, he had to come here to mark the trick shots. Instead of going out to watch the cricket in Jamaica at the moment. Und von dem erzählt er also, dessen Chef hätte ihm erzählt, er habe ihn nun hier zu den Trickshots gemusst. Der gute Tim Channon, statt das Cricket-Match auch Jammaker beobachten zu können. Aber er versucht es noch immer. Steve Davis, knapp, knapp. Und noch einmal. Fünf Stunden sei er gefahren. Und jetzt zählt das Glas. Steve Davis.